Der Einweiser vom Panzer. Spannend. Nein, es ist noch nicht gespannt. Jetzt hat es gespannt. Und von mir aus, auf die Blödsinn, fertig, los! Oha! Halt einmal, gut, halt, halt. Ja, wie ist es da so hoch? Und bleibt aber jetzt trotz allem ruhig. Ich muss ein bisschen warten, warte einmal. Jetzt, man kennt's halt, es ist schon was los. Und lasst euch trotz allem jetzt noch mal Zeit, weil meistens bei uns ist es auch so ein zweites Mal wie ein Tag Spunnen. Macht es genau so wie jetzt, ich gebe euch das Zeichen. Und lasst euch Zeit, spannend wieder schön langsam. Denn es soll natürlich keinem was kaputt gehen. Wenn jetzt, wie ihr es ausschaut, bei dem Gang mit dem Quartdruck. und schnackt langsam, ist noch nicht gespannt, langsam, langsam, noch nicht gespannt, noch nicht gespannt. Bisschen noch gut einmal. Jetzt bleibt's. Auf die Blödsinn, fertig, los! Er holt einmal ein bisschen, ja, hoi! Jawohl! Zirk aus, sie! Der Papst sagt, zirk aus, sie! Nein, lasst's jetzt auf! Super! Jawohl! Super! Ich glaube, das war ein Leid. Es ist einzigartig in ganz Bayern und sicherlich in Deutschland. Super! An alle beide großes Respekt, würde ich euch sagen, dass ihr euch traut habt, zu nutzen. Respekt! Dankeschön! Und an die Zuschauer möchte ich mich natürlich ganz, 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 ganz herzlich...